Pumpen für die Gülleverschlauchung werden nicht nur immer leistungsfähiger, sie bringen auch zunehmend ein hohes Mass an Automation und Bedienerfreundlichkeit mit sich. Die neueste Entwicklung von Odermatt Umwelttechnik aus dem St. Gallischen Niederwil ist die Mamba 160-300. Eine innovative Pumpe, die autonom funktioniert und das direkte Zuführen von Flüssigdüngern ermöglicht. Eine dieser Pumpen ist beim Lohnunternehmen von Oskar Schenk im bernischen Schwarzenburg im Einsatz. Herzstück des Geräts ist der aufgebaute Sechszylinder-Dieselmotor von FPT mit 6,7 Litern Hubraum und einer Maximalleistung von 312 PS. Der Motor erfüllt die Abgasnorm der Stufe 5 und läuft konstant bei dieselsparenden 1500 Umdrehungen pro Minute. Im Tank werden 500 Liter Treibstoff mitgeführt. Alle aufgebauten Komponenten werden hydraulisch angetrieben. Auch die Schneckenpumpe des deutschen Herstellers Wangen mit einer Leistung von 160 Kubikmetern pro Stunde bei 16 Bar. Die stufenlose Regulierung der Pumpendrehzahl ist gerade beim Wenden mit dem Schleppschlauchverteiler nützlich. Speziell an der Mamba ist der aufgebaute 5000 Liter Tank mit zwei Kammern. In einer Kammer werden 3000 Liter Wasser zum Auswaschen der Schläuche mitgeführt. Die andere Kammer mit 2000 Litern kann mit einem Flüssigdünger befüllt werden. Eine aufgebaute Pumpe ermöglicht die Befüllung ab Container oder Tankwagen. Der Flüssigdünger lässt sich in gewünschter Dosierung direkt ab Tank beimischen. Aufgebaut für die Fremdkörperabscheidung ist weiter ein Schneidfilter von Fredo. Zudem gibt es einen Schraubenverdichter für das Ausblasen der Schläuche, einen Durchflussmesser sowie einen Hochdruckreiniger. Die Mamba mit Tandemfahrwerk weist ein zulässiges Gesamtgewicht von 16 Tonnen auf. Das Leergewicht beträgt 7,5 Tonnen. Das ganze Gespann mit Traktor, Schlauchrolle, Schleppschlauchverteiler und Güllepumpe kann im Einwandverfahren eingerichtet und bedient werden. Dank der langen Deichsel am Pumpwagen hat auch der am Traktor angebaute Schleppschlauchverteiler zwischen Traktor und Pumpwagen Platz. An der Traktorfront und im Heck werden insgesamt 1,3 Kilometer Schlauch mitgeführt. Alle Funktionen der Pumpe können von der Traktorkabine über die Premium Funkfernsteuerung Profipilot von Meier Elektronik gesteuert und überwacht werden. Beim Einsatz auf diesen hügeligen Weideflächen zeigte die Mamba ein hohes Mass an Leistung und Flexibilität. Mehr Automation und Bedienerfreundlichkeit in der Gülleausbringung, im Einmannbetrieb, mit Pumpe ab Hof und Verschlauchung ist fast nicht mehr möglich. Mehr dazu in der Printausgabe der Schweizer Landtechnik vom April.